Hallo zusammen! Ein Mann mit dem Namen Daniel Pike begann vor ca. 4 Jahren damit, ein Haus im Wald zu bauen. Das Grundgerüst stand nach ungefähr 6 Monaten, da das Ganze 6 Mal neu errichtet werden musste. Nun musste er aus seiner ganz eigenen Wohlfühloase ausziehen. Um Strom zu erhalten, stattete er sein Lehmhaus mit Sonnenkollektoren aus. Zudem errichtete er eine Brücke, eine Kochecke, einen gemütlichen Garten und eine kleine Sitzecke. Mindestens genauso wichtig wie Strom ist natürlich auch Wasser. Hierfür baute Daniel ein Filtersystem, das reines Wasser erzeugte. Um sich zu ernähren, besuchte er immer wieder ein Geschäft, das rund 2 Meilen entfernt war. Dort erhielt er Lebensmittel, die sonst entsorgt worden wären. Er sagte in einem Video, dass er ein spiritueller und positiver Mensch ist und sich daher ideal an die besonderen Lebensumstände anpassen konnte. Teilweise waren es schwere Zeiten, die ihm geholfen haben, ein besserer Mensch zu werden. Gerade der Gedanke, dass niemand von seinem Aufenthaltsort wusste, machte ihn stolz. Nach einigen Jahren wurde sein Lehmhaus im Wald dann doch entdeckt. Er musste es verlassen und zog dann wieder bei seiner Mutter ein. Der sogenannte Woodland Trust ist eine britische und gemeinnützige Umweltschutzorganisation, die sich für die Bewahrung von Waldgebieten in Großbritannien einsetzt. Dieser war es auch, der der Meinung war, dass das Haus abgerissen werden muss, um die Natur zu schützen. Am 7. September traf ein Gerichtsvollzieher zusammen mit der Polizei bei ihm ein, die ihn baten, das Haus zu verlassen. Für ihn war dies nicht einfach, da er sich bereits in seinem neuen Zuhause eingelebt hatte. Daniel wurde vor Ort festgenommen, weil er einen Gerichtsvollzieher bei seiner Arbeit behinderte und musste daher eine Nacht auf der Polizeiwache verbringen. Er gab an, dass ihm das Leben in der Natur Freiheit gegeben hat, weil er ohne Zwänge leben konnte. Als er sein Haus räumen musste, sei er mit seinem Eigentum sehr rücksichtslos umgegangen worden. Zudem konnte er sich nicht wirklich äußern und sollte so schnell es geht sein Haus verlassen. Daniel musste seine Mutter fragen, ob er bei ihr bleiben konnte, weil er nicht wusste, wo er sonst hingehen konnte. Er gab an, dass er durch die Zwangsräumung wieder an die Gesellschaft zurückgedrängt worden sei. Das hieß für ihn auch, dass er seinen alten Beruf in einem Supermarkt aufnahm, um Geld zu verdienen. Steve Marsh von der Umweltschutzorganisation Woodland Trust zeigte Verständnis für die Reaktion von Daniel und gab an, dass die Räumung nichts gegen ihn persönlich gewesen sei. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstützt uns mit einem Daumen nach oben und teilt dies mit deinen Freunden. Um keine weiteren interessanten Videos zu verpassen, abonniere unseren Kanal kostenlos und wir sehen uns bald wieder.